so freunde willkommen zu einem weiteren video von gemstone legends aber bevor wir in das video einsteigen möchte ich einmal ganz kurz kundtun dass es einen neuen link gibt einen neuen link und einen neuen bonuscode der für mich extra generiert worden ist es wurde ein bisschen modifiziert jetzt haben wir nämlich ein in dem start bonus sicher schon einen epischen helden ja das ist elidor sein heiler also schon mal sehr gut 500.000 münzen fünf goldschrift rollen und 300 edelsteine wer sich jetzt fragt okay das ist ja prinzipiell weniger als in dem code den wir ganz am anfang hatten ja der übrigens auch noch gilt aber wenn du mir weiter zuhörst wirst du sehen dass dieser neue code deutlich besser ist ja das wird dann sein auto archon unterstrich 20 21 diesen code kannst du dann hier im game chat eingeben beziehungsweise in dem weltweiten chat und dann tippst du das ein und dann kommt dieser code hier oben in deine inbox rein ja jetzt nicht aber hier in diese inbox hier oben da geht er dann rein und da wirst du dann sehen es kommt noch einiges ja es sind noch ein paar neue sachen dabei und zwar haben wir drei anfänger oder beginnerevents ja und in dem ersten event kannst du soliana bekommen beziehungsweise es ist garantiert dass du soliana bekommst in diesem beginnerevent ja also hast du schon mal den zweiten epischen helden soliana eigentlich sehr sehr gut grundsolide ich habe noch mal die spezialfähigkeit hier nochmal hingeschrieben fügt allen feinen schaden basierend auf dem angriffswert zu 100 prozent chance für zwei züge verbrennung zuzufügen und die passive fähigkeit habe ich auch noch mal erhält 35 35 mana zu beginn jeder welle erhält fünf mana und so weiter ja mit der spezialfähigkeit verbrennung muss ich jetzt vorlesen also zwei epische helden schon mal sicher ja durch das erste event dann gibt es ein zweites anfänger event dieses zweite anfänger event gibt dir aus dem set der zauberei sechs artefakte mit fünf stern das heißt du kannst hier immer jetzt auf dem bild sieht hier da wo die wo die zwölf ist in der untersten zeile da sind die fünf sterne also das komplette set ja von waffe helm rüstung stiefel und schild ja alle fünf von einem kompletten set kannst du also direkt schon elidor oder soliana direkt mit ausrüsten und dann ja dann kommt noch ein drittes anfänger event so und dieses dritte anfänger event garantiert dir am ende wenn du das event schaffst es ist extra einfach gemacht garantiert dir eine platin rolle diese platin rolle enthält mindestens einen epischen helden wenn nicht vielleicht sogar einen legendären helden das heißt mit diesem code wenn du den dann im spiel chat eingibst nach dem tutorial ich denke es wird immer noch nach drei stunden sein also am besten wenn du das machst über den link in der video beschreibung das spiel downloaden dann sofort das tutorial spielen dann sofort den code eingeben dann die beginner events machen alles am besten in einem stück dann bist du safe dann kriegst du das alles und diese platin oder wie gesagt garantiert dir den dritten epischen helden ja das heißt mit diesem code kriegst du direkt drei epische helden hast direkt ein ausrüstungsset mit der höchsten fast höchsten stufe her also sechs sterne ist das höchste was du kriegst in diesem in diesem spiel fünf sterne kriegst du direkt mit dazu und hast zudem noch fünf gold rollen bisschen geld bisschen juwelen also ein super start bonus und dann würde ich sagen wünsche ich dir viel spaß im weiteren verlauf beziehungsweise dann auch mit dem spiel an sich wenn es was für dich ist die allianzen ich habe auch noch drei allianzen ja generation zero creation zero ground zero die ground zero ist eigentlich perfekt für leute die das spiel anfangen die es kennenlernen möchten die vielleicht gucken müssen ist das was für mich ist es vielleicht nichts für mich geht da rein lernt die leute kennen hat mir bei leihen meine leihen id wird auch noch da verlinkt sein in der video beschreibung kontaktiert mich ich lade euch in die leihen gruppen ein da gibt es tipps und tricks da ist alles vorhanden und dann wollen wir hoffen dass dir das spiel gefällt dass ich dich da in dem spiel begrüßen kann und ich wünsche dir viel spaß mit dem nachfolgenden video also macht's gut so wir kümmern uns in dem video um den gelben boss der ist schon tot wir sind im overkill modus und ich werde jetzt mal was testen und zwar tofu ist unser titan unser boss bezwinger und er hat dieses team aufgestellt so das kann ich genau so nachstellen genau mit zwei gildos spielen aber wir machen das jetzt mal so das können wir nachbauen ja wir können die so nachbauen wir versuchen das mal machen das einfach mal und gucken wie das wie das funktioniert ja das ist jetzt unser team natürlich sind ich habe jetzt hier nicht die die erweckung aber komplett kriegt man es jetzt halt im moment nicht hin wollen einfach mal gucken also gildor macht mehr schaden wenn weniger als 20 also weniger 20 prozent lebenspunkte da sind machte zu 35 prozent mehr schaden gut und verursacht sechs prozent mehr schaden für jeden ihn betreffendem positiven status positiver status dafür ist er zuständig einmal ganz viel muss jetzt nicht alles vorlesen und er macht das auch tempo erhöhen und angriff erhöhen weil positive status effekte plus angriff erhöhen er ist unser leader speed leader wegum ist dabei weil er unbesiegbar ist weil der halt extrem reinhaut ja deswegen brauchen wir jemanden der unbesiegbarkeit hat deswegen nehmen wir auch mana mit damit er immer voll ist und wiederbelebung weil der titan wird wahrscheinlich gleich einmal dran sein und ihn direkt killen müssen wir ihn erstmal wiederbeleben und ultern dafür da um defensive zu senken hier steht betäuben schlafstille einfrieren also hier können wir auch wenn wir glück um den defdown setzen das müsste hatte ich muss noch einmal gucken ob das das ist der ultern der voll ist ne ja ok genauigkeit von 89 ja müssen wir gucken ob das ob das reicht das letzte mal hat er nicht so oft sich da durchgesetzt aber wir gucken mal ok wir können es probieren ja weil wir sind im overkill modus der ist gefallen den testen wir erstmal so siehst du der boss ist dran der wird uns jetzt wegum direkt weghauen wichtig ist bei dem auch keine lila helden mitzunehmen weil die werden zuerst angegriffen bevor wegum angegriffen wird oder angegriffen werden würde so ich glaube die artefakte sind bei meinem bodan auch noch nicht voll also das kann auch ein bisschen schwieriger dann sein ja machen wir die roten ruhig muss ja eh gucken dass wir erstmal auch blau kriegen ne hier geht jetzt blau zusammen zieh den mal hoch dann haben wir da das zweimal blau nehmen den noch ach scheiße da glitze ich das ja hin jetzt brauchen wir schon einmal einen mana trank gucken wir mal ah widerstanden ok blöd gelaufen und das wir brauchen ja auch gildor und straibok straibok braucht noch kann er jetzt erstmal machen ja das ist gar nicht mal so schlimm so wegum hält alles ab gut jetzt will ich mal gucken da bin ich jetzt mal gespannt so wir machen straibok an siehst du wie viel wir da haben haben wir schon fünf stück jetzt machen wir bodan an so speed haben wir schon durch straibok ne jetzt mal gucken was er einen schaden macht 15.000 okay wenn jetzt halt noch ein deathdown wäre wäre das natürlich umso schöner ne 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 Vegum ist am Start. Das ist gut. So. Zack. 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 Ah, Gildor. Ich darf nicht so mit... Ich bin sehr verschwenderisch mit dem Mana immer. Muss ich mir abgewöhnen. Tatsächlich. So. So. So, der hat gerade 15 gemacht. Ja, jetzt gucken wir mal, was er mit den beiden macht hier. Macht er 13. Okay. Bisschen weniger. Aber trotzdem... Kommen wir das irgendwie wenig vor, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt, guck mal, jetzt fehlt ihm einer. Naja, das kenne ich. Dieses Spiel kenne ich. Dass ihm genau immer ein Mana-Punkt fehlt, dem Drecksack. Werde ich nicht durchsetzen. Hätten wir noch nicht anmachen müssen. Also mein Grün ist aber auch sehr spärlich hier irgendwie, ne? Das kommt nicht viel Grün. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Luft, wo wir hier was machen können. Hier haben wir jetzt Grün. Das sollten wir direkt mal ein bisschen ausnutzen. Und jetzt haben wir noch mal ein bisschen Luft, wo wir hier was machen können. So. Okay. Versuchen wir es nochmal. Mach ihn nochmal voll. Komm, setz mal den Dev down. Warum setzt du denn jetzt nicht den Dev down, du Hampelmann? Wieder 15. Okay, dann bleibt er bei 15. Also mehr als 15 ist mit ihm da anscheinend nicht drin. So. Dann machst du das erstmal. Jetzt wieder 13. Naja, es ist nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht der Brüller, ne? Wenn ich mir dann angucke, dass halt ein Gildor alleine bei anderen dann schon 260.000 einfach so macht, denkst du dir dann auch, okay, da läuft irgendwas falsch bei meinem. Ist meiner kaputt? Weiß man nicht. So, jetzt sind, okay, jetzt ist Gildor der einzige, der nicht am Start ist. Wenn, ähm, wenn Ultan jetzt sein, sein, äh, Dev down durchbringt, dann werden wir Gildor mal laden. Ne, okay, dann können wir es auch sparen. So. Naja, es kommt sehr wenig Grün. Das ist sehr bedauerlich. Aber so ist das Prinzip halt, ne? So kannst du lange überleben. Du musst halt wirklich gucken, dass, äh, dein, dein Wegum immer da am Start ist. Und dann läuft das vom Prinzip her. Okay, jetzt sind sie nochmal am Start hier. Und jetzt bringe ich einmal den Dev down durch. Das ist faszinierend. Was hat der für eine Resistenz? Du bist ja... Ich weiß, ich weiß es. Also ich weiß, wo ich nachgucken müsste. Aber, ja. Sie ist definitiv sehr hoch. Okay. Jetzt haben wir hier viel Grün. Das nimmt er uns jetzt bestimmt alles weg, oder? Wenn ich ihn kenne. Ja, sicher. Guck mal, nur Grün. Drecksack. Kalunke. So. Das ist echt doof, dass der das immer... Wenig Grün hat. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir da, äh, besseres Board haben gleich. So, jetzt müssten wir hier Mana reinballern. Ich denke, jetzt sind es noch sieben Angriffe bis zur Wut. Das macht keinen großen Unterschied. Ja, ne? Lassen wir das jetzt einfach mal so auslaufen. Dann ist er jetzt down. Pass auf, jetzt sitzt Ultron bestimmt sein Dev down. Wetten? Naja, doch nicht. Das wär's gewesen. So. Ja, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Jetzt werden wir einen nach dem anderen rausgesnipet. Er ersetzt hinein, fand ich. Da kann ich mir auch eigentlich Ultron klemmen. Oder ich muss Ultron halt wirklich noch mehr auf ACC bringen. Gerade ich dachte, wir kriegen wenigstens noch einmal Gildor durch, aber da hat er sich wieder davor gemuggelt durch seine Wut. Okay, ja, wunderbar. Also, Dev down kam nicht durch. So, machen wir das jetzt anders. Dev down hat nicht funktioniert. Ist raus. Der hat sieben, achte. Ja, das wird, ist ja noch zwei Prozent weniger als gerade. Hilft uns auch nicht. Ähm. Dann haben wir einen zweiten Gildor mit. Mal gucken, wie das jetzt ist. So, naja, ist wieder weg. Ah, jetzt ist er wieder da. Das geht mit Grün so weiter. Grün ist erstmal wieder nicht vorhanden. Alter, das ist echt blöd mit Grün. So, dann brauche ich jetzt im Moment eigentlich nicht. Aber ich mache ihn einfach mal. Passiert ja eh noch nichts. So, jetzt geht er erstmal wieder schön auf, ähm, Weg um. Nehmt mir meine Grün weg. Die, die ich da hatte. Also, auch nichts Neues. Okay. So, hast du mir jetzt Grün hier mal irgendwie? Natürlich auch nicht. Okay, so, ich warte jetzt. Ich will das einmal dann, ich will einmal sehen, wie dann alles wirkt. Jetzt sind die Gildors immer noch nicht voll. Darf doch nicht wahr sein. So. Jetzt lass mal gucken. So. Das ist der, der acht macht. So, und er macht jetzt fünfzehn. Ja, das ist der, der Bereich. Also, mehr machen sie da nicht. So, ich habe den Drachen vergessen. Na gut. Also, da haben wir noch theoretisch Verbesserungsbedarf. So, da müssen wir einmal wieder nachhelfen. Aber zumindest macht der Gildor jetzt mehr Schaden als der Ultran gerade. Das ist jetzt so meine starke Vermutung. Zumindest. Ja, die müssten noch mehr Schaden machen, die Gildors. Machen wir jetzt mal den Drachen. Ja, mit dir warte ich mal noch. Obwohl, wir haben jetzt so viel Rot. Bist du gleich wieder geladen. So, vielleicht kriegen wir es Trybog an. Wollen wir eher nicht. Zack. Zack. Besser, er hat statt, hat der eine sieben statt acht gemacht und er hat jetzt 13 statt 15. Ah, ja, machen wir es so. Aber vom Prinzip her sind wir auch einen besseren Weg mit dem Team. Weil wir halt einen mehr, einen dabei haben, der halt mehr Damage macht. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, ich bin trotzdem nicht zufrieden damit. Dann müsste man noch mal gucken, ob man, ähm, ob ich noch andere Helden haben, die noch mehr positive Statuseffekte machen. Also, dass wir wirklich mit zehn positiven Statuseffekten da sind. Dann kann ich mir vorstellen, dass das dann ein bisschen besser reinballert. So, wir brauchen auch wieder blau. Dich mache ich an, dich mache ich an. Oh. Er macht fast nur mit seinem normalen Angriff so viel Schaden wie mit seinem Special, ne? Das ist teilweise auch ein bisschen albern. Aber den Schaden, den manche mit ihrem Gildor machen, ist sowieso albern. Also, weiß ich nicht. Das ist im Endeffekt, äh, Gildor und, äh, Supporter. Aber wenn's funktioniert, ja, warum nicht? so, so, nehmt den mal so, machen das so und nehmt den so. Okay. So, zack. Weil es war im Endeffekt zu früh, ne? Wir hätten jetzt warten können mit den positiven Statuseffekten, aber es, äh, wird sowieso kein, äh, kein ultimativ krasser Score. Aber wir sind zumindest besser als gerade. Aber hat es immerhin was gebracht. So, der geht dann auf den blauen hier zusammen. Machen wir den noch. Und, ähm, Machen wir den. Er setzt gleich seine Wut ein, ne? Deswegen machen wir vollständig aber auch, wenn Vegum jetzt vor ihm dran wäre. Heißt das nix. Deswegen machen wir es lieber so. Ah, okay. Weil die Gildos, die kommen halt definitiv zu selten irgendwie ins Spiel. So, jetzt sind sie noch einmal zum Abschluss. Und dann lassen wir das auslaufen. Dann, äh, weil jetzt machen wir eh nicht mehr so viel Schaden. Äh, jetzt sind es nur noch drei. Aber es ist im Endeffekt immer kritisch. Zumindest steht kritisch dran. Ob jetzt auch ein kritischer Effekt dabei ist, gehe ich mal von aus, wenn da kritisch steht. Aber jetzt, äh, 106. Hast du das gesehen? Nicht mehr 72.000, sondern es sind jetzt 106.000. Ja, im Endeffekt können wir jetzt auf Auto durchlaufen lassen. da macht das jetzt keinen Unterschied, ja. 153.000. Okay. So, 213.000 und 13. Ah was, also, im Endeffekt, wo sind wir jetzt? Zwei Angriffe von 381.868 ist General Truhe. Okay, dann reichen die zwei Angriffe sonst noch mal. Würde ich jetzt noch einen dritten machen, aber brauchen wir nicht. Titan ist tot. Wir sind oberste Beutestufe. Der dritte Angriff wäre, äh, unnütz. Ja. Deswegen lassen wir es so stehen. aber wenn wir jetzt mal gucken, so ernt jetzt 116 und 108. So, 116, merken wir uns mal. Jetzt gucken wir hier, und da machen beide 247 und 271. Und hier sind die Hellen die gleichen. Die Sache ist halt, wie, kommt hier sein Deathdown immer durch? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Aber seine Gildos, die sind sowieso mega krass. die, äh, performen eigentlich immer. Und dann siehst du mal, wir haben knapp über 200, oder wir haben jetzt mit zwei Angriffen komplett 381.000 gemacht. Und einer seiner Gildos hier, der macht 271.000 alleine. Ja, also, irgendwas ist da noch im Argen. Irgendwas ist da im Argen. So, und jetzt noch mal einmal ganz kurz zum Abschluss. Neues Event, neuer Held. ich war schon dabei, Silberrollen zu öffnen, Goldrollen kommen noch. Ähm, siehst selber, mit Silberrollen 500.000, 1.500, 2.000, 2.500. 5.500 brauchst du, musst du noch 3.000 Punkte sammeln. Ja, im Endeffekt muss man noch nicht mal alle Goldschriftrollen hier machen, wenn man auch pro 10 verwendete Energie, wenn man halt auch wieder regelmäßig spielt. Ähm, also eigentlich ganz gut. Die Belohnungen finde ich auch sehr gut, weil wir haben jetzt hier diesen Regenbogenstaub, den wir dann, äh, umwandeln können, in beliebige, in eine beliebige andere Farbe, ja, auch sehr gut. Das heißt hier, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, zwei große weiße, äh, bräuchten, dann könnte man die hier umwandeln in zwei große weiße oder zwei große rote oder ein rot und ein grün und so weiter und so fort, ne? Und, äh, der neue Held. Kurgi fügt einem einzelnen Feind Schaden zu, 247% Angriffswert, ignoriert 20% der Def, das ist gut, 100% Chance einem einzelnen Feind Verwundbarkeit für folgende Anzahl an Zügen zuzufügen, 3, mhm, Achtung, nicht schütteln, 100% Chance drei positive Statuseffekte zu entfernen für die folgende Anzahl an Zügen, ähm, Lootung zuzufügen, wenn bei Einsatz einer Spezialfähigkeit ein Feind von Seelenauffrischung oder Erholung betroffen ist, 3. So, das bezieht sich auch hier auf die Anzahl von Züge, denke ich mal. Da fehlt auch ein Punkt, da haben sie drei Punkte vergessen, Entfernung, ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, ob das an irgendwas geknüpft ist, so fügt Schaden basierend auf 200% des Angriffswert des Zaubernden zu und hat eine Chance von 100% Hallen für folgende Anzahl an Zügen Blutung zuzufügen, wenn er stirbt, 6 Züge, also du siehst, allein vom Satzbau her, hier fehlt dann wahrscheinlich die 3. Achso, nee, warte mal, das ist tatsächlich ein Satz, warte mal, jetzt nochmal, drei positive Statuseffekte zu entfernen und für folgende Anzahl an Zügen Blutung zuzufügen. Alles gut, alles gut, ja, ich habe es falsch gelesen, ich habe mir ihn auch tatsächlich erst einmal durchgelesen und jetzt habe ich das gerade irgendwie, also, drei positive Statuseffekte werden entfernt, die folgende Anzahl an Zügen, so, und das Ding ist aber, dass das halt mit den Statuseffekten an eine Bedingung geknüpft ist, mit der Seelenauffrischung oder Erholung, ne, das ist so der einzige Knackpunkt, äh, man muss ihn sozusagen timen, geht so, ja, aber das Problem ist halt, ich hatte erst gedacht, ähm, als ich die, äh, die Nachricht von den Entwicklern gekriegt habe, neu erhält und so, sollte ich mir angucken, habe ich erst gedacht, okay, geil, drei positive Statuseffekte entfernen, alles cool, ganz so schön beim Titan nehmen, so, ne, beim, beim Lilanen zum Beispiel, der macht da ganz viel Fokus mit seinen ganzen Sachen, ähm, aber dann habe ich gesehen, der hat ja keine Seelenauffrischung, ich glaube, Erholung hat er aber, wenn er mich nicht alles täuscht, oder? Ich glaube auch nicht, was denn der Lila, der Lila Boss, da nochmal nachgucken, aber ich glaube, kann man zumindest nicht da verwenden, ähm, bisschen schade, also eher kein Titan hält in dem Sinne, ne, erhöht den Angriff Wert aller Verbündeten in gildenbezogenen Kämpfen um 32%, gildenbezogene Kämpfe, ne, was werden die Kriege kommen, da wird ja im Moment dran gebastelt, das ist eine große Sache, ähm, dauert dementsprechend, und man wird viele Helden brauchen, also man sollte nicht aufhören zu leveln in dem Sinne, dementsprechend, ähm, immer schön fleißig sein, ja, und wie gesagt, wir müssen jetzt hier auch noch ein bisschen fleißig sein, hier, morgen, verbessere deine Helden und sammle Punkte, das kommt auch noch, ja, also auch jetzt vielleicht nicht diesen Abend, ähm, ich weiß nicht, weil ich das Video rausbringe, oder diesen Morgen, äh, nicht viel, äh, aufsteigen lassen, sondern warten, das ist eigentlich eine Sache, wenn man sich da ein bisschen drauf vorbereitet, geht das relativ fix, ja, dann ist das innerhalb von einer Viertelstunde oder sowas erledigt, gut, alles klar, haben wir das auch, wer ist hier noch drin, beiden, gut, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, ciao, ciao. Ciao.